Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Einige Quacks später... Die Person hat gedacht, es sei eine gute Idee, den Arm in einen Bärenfall zu halten. Das ist ein einzelner Organismus, der am sterben ist. Aber statt er so aufhört, sich zu bewegen, zerkeilt er in kleine Teile. ... 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 Und so sehen die Agaven aus, wo wir zum Tag in den Arm machen wollen. Und jetzt ist wieder fertig da, in ein Strechen rumschlagen, durchziehen und runterlassen.